so leute willkommen zurück zu remember me heute dürfen wir das erste mal wirklich spielen in unserer neuen klamotte übrigens hübsches outfit ich mag irgendwie diese schuh dinge was auch immer passt aber irgendwie nicht zur jeanshose egal so was haben wir hier das ist ein blaues ding ohne irgendwelchen wirklich nutzen so was haben wir da hinten dann müll reinigungsdrohne benötigt entschuldigen sie die unannehmlichkeiten ja das ist aber auch hier also da will ich aber auch mal was hoffen nee 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 und dann machen wir uns mal weiter auf den weg leute hübsch oh was memo food nichts zu sehen ganz ruhig okay da gibt es was zum essen oh curry und was mit käse gehen wir weiter oder gibt's baguette für zwei irgendwas geschlossen geöffnet ab 10.30 ich weiß es nicht egal sie dies häufchen privilegierte ihr schnödes wohlbehagen während andere wenige meter vor ihrer barrikade leiden keiner bestimmt auf welcher seite der firewall aufwächst nicht ihre selbstsucht verurteile ich schwester sondern die gier mit der sie alles vergessen was sie stört okay ich muss das gleich bis abends geburtstag haben es ist zum sterben schön wenn du tatsächlich in dem glauben bist dass dir diese größe noch passt brauchst du einen centcent checkup du bist zu fett hat sie gesagt haha mh aber das sind schon ein paar tolle outfits das muss man schon sagen hey das sieht aus wie ein retro laden erleben sie ihre besten erinnerungen nochmal halte ich ja für interessant so Sachen einfach nochmal nachzuerleben so blablabla brenner antworten auf eindringenden Riss okay also dieses outfit ist völlig aus der Mode ach ja also ich find's schon ziemlich schick was gibt's da hinten hier werden leute gescannt gemäß der Hygienebestimmungen von neo paris ist der zugang zu den docks verbunden oh hey das klingt als wäre dann eine seuche ausgebrochen ah da muss ich hin das heißt wir schauen erstmal noch da runter aber hier irgendwas nein das gedächtnis der menschheit ist der herr es enthält das getreue abbild seiner aller herrlichsten fleischwerdung in ihm wird offenbar der vater und sein wort und der herr neu erschienen okay er hat auch das Ding Paket für Paket aus dem kollektiven Gedächtnis seiner verstreuten Gläubigen bringt das neue Wort neu zusammengefühlt wird der herr wieder herabsteigen okay oh hey hier haben wir eine Erinnerung beziehungsweise ein bisschen Geschichte genau nach solchen Sachen suche ich nämlich gerade mit deswegen habe ich mich dann ein bisschen gucke ich mich eigentlich jetzt inzwischen ein bisschen immer mit um wo ist das? ne das ist wer anders ich wollte schon sagen es ist die alte Frau aus dem Intro was denn? was ist los Kerle? hübsches Kleid das ist doch vom nächsten Jahr 2085er Kollektion ich bin zu spät zu spät ups oh je tut mir sehr leid Madame hey alles okay? soll ich den Notfalldienst rufen? nein nein hey alles okay alles okay tut mir leid okay dass du eine Beschwerde einreichen möchtest dein Sansan Terminal hat meine Identifikation gespeichert guten Tag ach endlich ich warte schon 20 Minuten wow ist ja schlimm schickt man seinen Bot zum Einkaufen dann muss man 20 Minuten warten ist ja voll frech bei mir ist jeden Tag Weihnachten du scheißt mir gar ich setz dich fest du guckst komisch ich stell dir nach und setz dich dann fest keiner entkommt keiner kann hier die Christmas Show live auf Channel 4 coole Werbung okay jetzt bin ich schon so ein bisschen in den Hintergassen oh ist das ihre Adresse Madame? nein ja ich denk schon danke zu Diensten bei Anfälligkeit für periodischen Memorial Zugriff bitte vor dem Ausgehen ihren Aug-Kompass aktivieren Moment sieht aus als sei da noch einer hallo alles okay sie scheint verwirrt das ist sie die entflohene Gedächtnisjägerin okay Patrouille 17 Eintrag Flüchtige Verdächtige erkannt Abholung im Gange hier meint ihr könntet mich abholen ihr meint ihr könntet mich abholen ja BAM und zack blau ja 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 loser wiii zack ha ja 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 bling füllen sie gegen ein Forster aus um Vernichtungsschläge auszulösen okay also die muss ich praktisch überlassen ansonsten kriege ich die nicht kaputt oder auch doch ja komm ich hab noch was für dich bling so schlechte Nachrichten Jungs ich hab euch fertig gemacht schön weiter putzen oh was haben wir hier irgendwo in der Häuserschlucht nicht so wie es aussieht ist das hier hinten? nein nein okay da müssen wir wirklich da oben ach da oben wird es sein hey hey ja geh halt da hoch das ist so doof oh ich ich hab ich hab meinen Kombo-Punkt freigeschaltet oder so ähm Kraft Kick oder einen neuen nächsten Heil Kick hm achja ich wurde übrigens gefragt wie es mit dem Kampf funktioniert also mit Rechtsklick kicken wir mit einem Linksklick schlagen wir nochmal zu so wir nehmen wir nehmen einen Heil Kick weil Heilungen sind irgendwie finde ich sehr viel praktischer so und jetzt hier hätten wir zum Beispiel die Kombo wird eröffnet mit also das ist die untere die Fünfer Kombo mit einem Kick dann kommt ein Faustschlag ein Kick ein Faustschlag ein Kick also rechts, links, rechts, links, rechts Kombo zack so und das und so klicken wir uns dann also so arbeiten wir uns dann praktisch durch so ah ach sehr tugendhaft mein Instinkt ist wieder da wer waren die die uniformierten Saber-Einheit Privatpolizei finanziert von Memorites Ordnungskräfte mit Gefühl ähm hallo ich würde gerne wir mich mal weiter umgucken sie ist hier irgendwo alles durchsuchen sie ist ein Profi halt zu achten ja genau passt auf Jungs ansonsten könntet ihr einen Unfall erleiden von ne kleinen Überlastung ich überlaste gerne Hirne oh achso das ist ne Heilstation aha das hab ich grad Angst gekriegt das war schluss so einmal heilen ui hey ich schenke dich ins Krankenhaus versuch doch Loser komm her komm her huch was ist los ne Sensen Raserei Nilin erinnert sich an eine neue Spezialimpression die Donner sag ich jetzt mal Sensen Raserei ermöglicht es Nilin den Giener zu unterbrechen sie nicht den Fluss und wie mache ich das? ah ah ok während der Raserei setzt Nilin keine Kombos ein drücken sie einfach linke Maus das die Schlag oder rechte Maus das die Kick um Treffer zu verketten die Länge die Raserei kommen würde ist nur ok ok bäm ähm ok ist die off achso ah ok cooldown praktisch und zack passt bäm bäm lasst mich in Ruhe Jungs ey was soll das ich will ne reine Faust-Kombo irgendwie das wär voll cool bäm mach ihn weg ok ok geht doch also das Kampfsystem ist immer noch ein wenig verworren aber es funzt oh mehr davon eine neue Impressions-Klasse ist verfügbar drücken sie Tab ok so neue Impressions-Klasse Impressor-Klasse ist verfügbar nehmen sie auch leitende Impressions aus wird reduziert in denen alle momentan Aufladzeiten hm diese ja ok ok komm das nehmen wir hierfür zack so ja so ich hätte gern mehr Kombos achso achso ja stimmt so rum machen wir das kling bämms mach ihn weg bämms bämms der spring halt über ihn drüber was soll das lasst mich in Ruhe Jungs ich hab gesagt lasst mich in Ruhe wahaha überlastung kling ok die Finisher sind ziemlich cool mit Mass lasst mich ich spring halt weg also die Zielerfassung ist immer noch was was mich irgendwie irgendwie die Und überlasten. Da hat sich mal daneben gegriffen. Glitch. So, da müssen wir auch klettern. So, komm. Kletter, schnell. Die bewegliche Werbetafel. Wie sieht dieser Bad Request Typ aus? Jung, nervös, dämlicher Haarschnitt. Ein Möchtegern, Gedächtnisjäger, treu seiner Sache. Oh, und dein größter Fan. Oh, hey, das passt ja. Das ist mein größter Fan. Werde ich übrigens verfolgt? Nein, alles klar. Waren sie schön sauber hier? Ich muss mal aufs Klo. Dann halt nicht. Die nehmen... Ernsthaft? Es ist irgendwie so ein bisschen... So ein bisschen krank, sich so ein Robo da mit ins Bett zu nehmen, behaupte ich jetzt mal. Ich weiß ja nicht. Aber man kann sich ja Erinnerungen anstellen, wie sie aussehen sollen, behaupte ich jetzt mal. Das ist irgendwie krank. Das ist richtig. Das ist gut. Okay, klar. Hier lang. Weiter nach Ruhe. Bei der eigenen Sicherheit. Bitte zurückziehen. Achso, jetzt muss ich... Hup. So. Da haben wir Edge-Werbung. So, was ist das? You are what you remember. Du bist an das, was du dich erinnerst. Okay, wollen wir hier noch was liegen? Nö. Hup, dann einmal hier hoch. Hup. So. Du bist fast an der Rotunde und die Saber-Einheit hat deine Spur verloren. Sehr gut. Ja, klar. Ich bin da ein Pro, ne? Muss ich? Alle sollten... Muss ich hier? Oh, moin. Ich wollte hier Party machen. Das ist Party. Ich will auch rein. Ein Haus für alle. Dann lasst mich rein. Ich hab ihn zu stark gestellt. Schöne Rei. Oh, ich glaube, ich bin sogar richtig. Verdammt. Charles Cartier-Wells. Das sind wahrscheinlich alles so wichtige Personen, die ich früher oder später noch vermöbeln muss. Das ist eine hochfliegenden Pläne. Streit nach Utopia, schafft aber die Hölle auf Erden. Dieses blöde Sensor-Netzwerk war sein erster Versuch. Und sowas passiert dann. Er ist der Chef von Memorize. Nein. Er ist das große Genie. Das launische Talent im Elfenbeinturm. Die Direktorin von Memorize ist seine Frau, Silla Cartier-Wells. Ein Name, zwei Köpfe, tausend Gründe, die Wände hochzugehen. Okay. Hey, 30% Rabatt. Hallo, ich möchte was kaufen. Hallo. Das klingt billig. Fahrstuhl inaktiv. Da ist Bad Request. Hier ist ein Arzt der Armee. Hier ist die Gedächtnis gemacht. Alles. Oh. Ich bin die Jägerin. Ich bin dein größter Fan. Danke. Ich habe schon eine Route erkundet. Ich kaufe nicht zum ersten Mal im Land der Reichen ein. Ich suche das Architekturbüro. Hier ist alles drin. Vor einer Stunde habe ich mir den idealen Weg gemerkt, um den Drohnen zu entgehen. Folge ihm einfach. Es ist eine Riesenehre, von den Besten geöffnet zu werden. Wie Autogramme geben. Fertig? Alles bekommen? Ja. Folge meiner Vergangenheit. Eine Reminiscenenspur, durch die du an den Drohnen vorbei, durch die Komfortburg bis hin zu Kaori Sheridan kommst. Ich habe Memo-Boien an der Route gelegt. Sehr gut verankert. Sie sagen dir, wann du meine Reminiscenen aktivieren sollst. Besten Dank, dass du meinen Kopf nicht entleert hast. Ein Moment lang dachte ich, du wolltest unsere Begegnungen löschen. Auch um die Vergessen. Okay. Da ist aber jemand ein bisschen. Okay. Überlagert deine Umgebung mit meinen Erinnerungen von diesem Ort. Mit deinem Handschuh synchronisierst du dich mit ihm und kannst versteckte Informationen finden. Also gut. Ich lasse dich synchronisieren. Wir treffen uns drüben. Okay. Oh Gott. Äh. Alles klar. Ich habe das irgendwie nicht so ganz kapiert. Aber egal. Läuft. Die Blauanzeige ist ihre Fokusanzeige. Okay. Ich bin jedes Mal vorgegangen, wenn sie einen Gegner treffen oder von einem Gegner getroffen werden. Okay. Okay. Die Jungs wollen also Spaß haben. Ich springe halt über ihn drüber. Verdammt nur eins. Arschlöcher. Jetzt gibt es noch das Maul. Beams. Beams. So. Das hätten wir. Ich möchte noch jemand ein bisschen Liebe von mir erfahren. Nein. Keine Fans. Schade. So. Achtung. Achtung. Drohnen-Baustelle. Hey. Ich bin wieder da. So. Spielen wir folge dem Führer? Ich bin wieder. Nein. Eigentlich nicht. Das ist eigentlich eine dumme Idee. Das ist ein doofes System. Irgendwie. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Vielen Dank.